Herzlich Willkommen zu einer neuen... zu einem... zu Mengward und ich bin dieser Zymbach König der Löwen. Hier sehen wir's. Hier bin ich. Wie... Na... Oder... Komm nochmal da... Was war das? Ist hier ein Namen. Wer bist du? Weil der sich hinter steckt. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? hab ich gesagt. Sage! Sag's! Sage! Sag's dein Namen! Sag's dein Namen! Sag's! Sag's dein Namen. Sag'sSC�� Was? Sag's! Sag's deles! Sag Gr Synd nehmen! Sag ich muss das ganz... Oh! Oh! Ich bin bloß hin. Hilfe! Hilfe! Schnell zu Disney. Schnell! 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 Hilfe! Ich habe schon hinter... Warte, Warte, ich kann nicht. Schöpze... Du bist doch Schöpze Kehle, glaube ich. Warte, ich kann noch... Schöpze... Schöpze... Ich kann noch mal neu... Ich kann noch mal neu... Schöpze... Ich kann noch mal neu... Schöpze... 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 Ich hab da hier nichts. Gott! Oh! Schnell, schnell! Ich will überleben! Schnell, schnell! Du wollen kannst! Mir nicht! Ich dachte, du willst mit mir spielen! Ganz brutal! Ich dachte, du wolltest mit mir spielen! Ich dachte, du wolltest mit mir spielen! Ich dachte, du wolltest mit mir spielen! Wie gut! Nicht so! Nicht schlecht! Ah! Was zum? Das kann ich immer sehen! Jetzt spielen mit mir! Spielen mit mir! Okay, mit was? Mit dem Teddybär? Spielen! Weißt du, was ich spiele? Ich spiele! Ich spiele! Ich fand den Löwen! Ich spiele! Ich spiele! Ich fand den Simba! Nein! Lever! Simba fang den Schiff! Der kann er! Nein! Ich kann Lever! Dann spiele ich aber nicht mit! Du spielst nicht! Nein! Es ist zu spät! Nein! Es ist zu spät! Nein! Ich werde dir auch... Ich werde dir genauso ein... So... Mal... Ich werde dir auch den Neid antun, was andere mir angetan haben! Ich werde dir auch den... Bescheid! Ich werde dir auch den... Es ist zu spät! Es ist zu spät! Nein! Es ist zu spät! Geh weg, geh weg! Geh du weg! Geh du weg! Erraten die Nummer und die Nummer nicht wirklich erraten. Doch, wirklich? Du musst deine Nummer kriegen. Nein, das war einfach. Nein! Und was hast du eigentlich erwartet? Dass du 10 bist, vergeben und...